Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und im Moment zurück zu einer neuen Folge Splatoon Online hier auf meinem Kanal. Jetzt muss ich erstreißen zum Thema Splatoon. und zwar wird es hier mit dem Switch erschienen. Jetzt gibt es noch ein paar mal erwarten, dass er jetzt mehr wird, Und dazu, ich muss jetzt nichts wirkliches zu sagen, das ist natürlich nicht mehr, sondern ich möchte sprechen darüber, diese Info zu wie wir sie jetzt haben. Und zwar hätten wir da zum ersten Mal, man hat immer nur diese Gassen, die ganz gerne Nünneschein liegt. Oder weil unsere Mühlen erscheinen nicht auf Friesen, aber man weiß nicht wirklich, wie eine Zündung steckt. Ist da mit den neuen Aktionen weiter schon circa. Und wird sie da sind, nicht genau, aber so circa. So bin ich jetzt gestorben, ach komm schon! Ja, und das bin ich jetzt so auch gleich schon da in Ja, ich könnte mir noch nie ganz, so meiner wollte ich jetzt wissen, wie ein Friesen hier eigentlich schon ganz, ich würde sagen, ob die Draft hier, ich könnte mir nur zwei, dass ich noch nicht meine Sorge habe, aber ich würde jetzt nicht so tief in der Liraus für mich da, aber es gibt auch ein paar Stücken, Ich habe mir gedacht, es gibt schon eine bestimmte Waffe, die du möchtest, und zu der Runde kommen wir dann in der nächsten Runde. Wir haben deutlich gewonnen. Dann sage ich, siehe uns dann im nächsten Kampf wieder. So, ich hebe nicht mehr. Und ich habe euch schon wieder. Ich stelle jetzt eine Waffe mal vor. Und zwar habe ich mir schon gesagt. Es gibt ja Schusswaffen. Es gibt... Es gibt Schusswaffen, dann gibt es solche Waffen. Dann gibt es Sniper. Es gibt auch so Waffen, wenn man nur so drückt. Dann spritzen die so viel mehr raus. Dann gibt es Schwapper. Es gibt Roller. Es gibt Pinsen. Es gibt Kallegrafen. Es gibt... Etc. Etc. Mehr. Es gibt den Trommyshopper. Etc. Und so weiter. Nur eine Sache haben sie vermissen. Und zwar... Spiele ich PK Mario Color Splash. Und jetzt müssen manche schon drauf kommen. Nicht alle, aber manche. Und zwar... Wie gesagt... Aus der Marisol... So... 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 Ein Hammer hier als... Also wie ich die Schuhfarbe mach. Aber das soll natürlich nicht so im Spielen passen. Aber wenn es sich so den Hammer... Mit der Seite... bert. Ich seh. Wenn man so drauf schlägt mit der Seite oder mit der anderen schießt man... Dann könnte das schon... Ich glaube nicht, dass wir das machen werden, es wird auch nicht so wirklich ein Spiel passen, es wird ein Spiel ein bisschen kaputt machen Und dann so noch dazu, so eine Bombe, einfach mal so eine Bombe, so eine Nägel wie die Farbe, aber das wäre bloßend entfernt oder das wäre dann halt, nee das wäre nichts für das Spiel Ich hoffe, dass Giraffen dann besser werden, wenn ich das jetzt nur als Beispiel genannt habe, das war jetzt nur so ein Beispiel Und wir werden sehen, wer hat jetzt gewonnen und zwar hat das gegnerische Team gewonnen So lange ich jetzt auch weiter So lange ich jetzt auch weiter Und zwar hoffe ich, dass so meine Art nicht kommen wird Aber wir haben noch ein bisschen geschwunden und weiß nicht, was wie das Nintendo Switch für den Grafik und unter was der Akku, also ich habe gehört Jetzt ist der Akku noch aktuell in Arbeitung ist und noch nicht so geil sein sollte Aber wir sind gespannt Und zwar irgendwie habt ihr euch wahrscheinlich auch mal was gesehen Ich bin gespannt Und zwar habe ich gesehen, dass wir das Inferno nicht mehr so haben werden, wie es hier ist Und zwar drücke ich jetzt auf den Button hier, auf den rechten Stick, den drücke ich ein und darauf den Gegenwart zu nehmen. Da kann ich das einfach hier unter den Hinballern, aber es wird nicht mehr gehen. Und das ist das, was ich mache. Wie, wenn die Kinder was fixen. Und dann wird es nicht, also oft das Team vorne gespielt. Wenn da jetzt so ein Meter scheint, auf den Heißblüten, dann wird es nicht mehr blöd. Dann, dann, dann ist es eben. Und dann ist nichts. Und ich bin nicht. Aber ich hoffe, sie fixen wird es noch. Wenn sie es fixen müssen, das Ganze nicht um. Andere kostet die besserer Alps und qualify Und warum hab ich das jetzt nicht bekommen Gibt's doch nichts. Geil. ok ok weg 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 Gott sei nein nein sag ich tschau und bis zunächst mal im Kanal wenn ich heute Splatoon online hier auf meinem Kanal tschau